Wir gehen jetzt hoch zum Fürstenlager. Arme Küche von Elgort Reichtungsbesser. Hier geht es mal aus. Ah ja, gut, sehr gut. Wenn man bis hierhin fährt, hat man gelitten. Da gibt es nämlich keine Park- bzw. auch kaum Wendemöglichkeiten. Hier die Bachgasse. Herrlicher Blick. Gehe nicht zu deinem Fürst. Gehe nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. So ist es. Aha. Aber wir sind vom Fürst gerufen worden. Guck mal, was es da für Attraktionen gibt, Georg. Der Bereich zu wass. Das sieht aus, ja. Das sieht aus, ja. Das ist fast so schön wie ein Bibisholm, oder? Das sieht aus, ja. Das sieht aus, ja. Genau, dann hätten wir hier, wenn man da vorne hochgegangen wäre, ja gut, das wäre ein bisschen an Höhe gewesen. Das ist schon will ich ja gar nicht gucken, welchen Reifen findet, den ist gut. Ja, das 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 ist gut.